Willkommen in diesem schicken Ford Fiesta Trend vom neuen Modell in fünftürig. Wir freuen uns über den Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses Fiesta ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt natürlich die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer gering aus. Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und in Wagenfarbe lackiert. Fünftüren erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Die abgedunkelten Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den 15 Zoll Sommerrädern mit Stahlfelgen und Radkappen gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze in diesem Fiesta sind sehr komfortabel. Der Fahrersitz höhenverstellbar. Bei uns gibt es Fußmatten dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sieben Airbag ABS-ESP, Nebellampen vorne und das Reserverad-Notrad. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken 5-Türer-Fiesta werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf vier Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wisman. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017